hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge mit mir ja heute heute bin ich allein glaube ich doch nicht elias bist du es also leute sind wir wieder wie ihr merkt dass patrick etwas etwas krank er stand aber darauf diese aufnahme zu machen also ja ich habe lust drauf ja kann ich jetzt nichts gegen tun leider muss ich wieder project end aufnehmen ist lange her sehr lange patrick willst du uns vielleicht sagen was was wir letzte folge gemacht haben in der letzten folge in meiner folge haben wir eine umgecraftet damit wir zum endportal gehen können und den enden dachen als das maul geben können aber das tun wir natürlich noch nicht noch haben wir ein paar sachen vor was wir den druck bild der plan für heute ist wir bauen die die xp farm die idee schon angefangen hat weiter oder elias baut sie weiter und was machst du sich überall rausnehmen will man merkt so richtig was denn ich habe gerade eben wir gesagt und du sagst mir das ist schon gut das mache ich das mache ich das ist gar kein problem ich mache irgendwas an mein haus ach so ja ich habe ja immer noch so eine idee genau jetzt kommt nämlich meine idee also patrick und ich haben uns nämlich überlegt dass wir so ein kleines spiel spielen da patrick ja im pole ist kann er polnisch so ne ja mann ich bin jetzt neuerdings in einer koreanischen ag hat er jetzt zwei unterrichtsstunden das ja also beziehungsweise ich werde es googeln müssen aber dass wir sozusagen so wörter irgendwie uns raussuchen und der andere muss dann erraten was sie bedeuten hat drei versuche oder so genau wenn man es schafft dann gibt es keine ahnung ein eisen oder so ein eisen ja und wenn man es nicht schafft kriegt der anderen eisen also checkliste sagt wo ist ein stift immer ein stift danke danke patrick ja sehr nett erstens diamanten zweitens enchantning raum ja drittens netherite und währenddessen die ganze zeit ich habe die ganze zeit ich mit diesem text back gespielt ne ja deine asch hat ja leck meine socken ja leck meine socken ich spiel ein bisschen mehr vor du bist ja ja ich kriegs genau 14 mal perfekt und 14 observer mehr jetzt pistons ja wo ich habe damals gefühlt fünf stück wir brauchen wir brauchen generell mal guten enchantments unsere in schankmink table ist irgendwie kommt wenn ihr wisst warum schreibt in den kommentaren oh mein gott ich habe axelotl geil aber wieder einen gelben leider ja noch mehr diamonds vier stück ich hab schon neun ich bin wieder in dieser höhle also noch mehr digger alter habe ich ich werde jetzt kurz 3 mal 14 holz ich warte auf den antwort patrick was was 3 x 14 2 x 40 auch digger junge warte mal im kopf im kopf im kopf im kopf zwei införten ne wartet doch 42 kann sein er doch hier mal 3 ist 3 x 10 ist 30 das heißt drei mal das heißt ja für xp auch zum beispiel ne hier redstone nämlich auch mal mit einfach mal aber so filmflakes warum ich kann ja lapis latsui auch ich hab komischerweise gar keines bis jetzt gefunden weil blauheit einfach hässlich ist diamond okay patrick sag mal jetzt eins deiner wörter damit ich erraten kann ich bin ja ich bin ja halb pole okay ich weiß ja ein paar wörter ich folge das jetzt hier weg dein erstes wort lautet jabko ähm apfel richtig sehr gut das dein dein ähm es war so klar dass du apfel nimmst dein erstes wort lautet ich hab schon wieder vergessen wie man es ausspricht eine sekunde so spricht man es aus liebe leute sag war das ist glaube ich einfach korea koreanisch richtig genau das ist nicht das was was die in südkorea sprechen egal ist mir egal ähm sag war sag war sag war sag war sag war kann man es sag war ja banane nein ich hab hier grad ein zombie gehabt der mir gerade eisenbarren gedroppt hat okay ähm dritter und letzter und letzter sucht nein apfel ach digga nein wirklich ich das erste wort nach gesucht habe war so apfel okay dann mein zweites wort so ja dann klaviatura klavier nein ich wusste dass du das ist sowas in der art sagen wirst aber nein essen es ist was zu essen meine ich hey nein solltest du lieber nicht essen ich glaube ich glaube du kannst es ja nicht mehr essen digga zu schwer also nicht nein nicht nicht vom gewicht her ach scheiß drauf digga kannst du auch immer nicht essen klaviatura klaviatura ähm rrrr 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 hier schreibt gerne mal in die kommentare was ihr denkt idios ja du hast noch zwei versuche ne warte doch doch kirche irgendwie so mhm nein also du solltest du kannst es nicht du ist es ein gebäude mhm nein es ist kein gebäude Buch Buch oder so Buch das ist jetzt meine finale Antwort nein es ist kein es ist auch nicht Buch was ist es dann es wäre Tastatur gewesen das ergibt sehr Sinn wie warum ja weil Klavier und Tasten ja ach so he 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 oh das ist das ist das ist gut potnite ah ne dein zweites erst wohl ja potnite potnite ich werde selbst die zuschauer wissen nicht was das ist potnite 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 Nein, 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 Patrick, das ist, woher, woher? Ja, Digga, kennst du nicht diesen Meme, Porti-Neite, in der Marvel-G, und das hört sich genauso an, das wie. Oh mein Gott, Scheibenkleister, hey, Dias, hey, Dias, wie kann dir das nicht einfallen, Digga, wie heißt es nochmal? Porti, äh, keine Ahnung, warte, warte, warte. Porti-Neite, Porti-Neite, ey, Digga, da guckt man doch easy drauf, Porti-Neite. Ich wollte jetzt gerade Holzfarm gehen, damit ich mir nochmal Truden craften kann, und zwar brauche ich, äh, neun weitere Truden, damit ich 14 Truden habe, damit ich mir 14 Hopper machen kann, eigentlich brauche ich mehr Truden, viel mehr Truden. So, Ilias, ich habe jetzt genug Diamonds. Ich habe zwei Blöcke und 26 Diamonds. Und du hast... 16. 16 Diamonds. Hey, 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 geh mal schlafen. Geh mal schlafen, gib mir einen Trillte einfach. Digga. Aua. Geh mal schlafen. Okay, Patrick, dann, ähm, ich möchte live dabei sein, wie du unsere Diamond Riss und craftest. Verpiss dich, ich schrack dich mit dem Brot kaputt, scheiß Zombie. Ich will das, was du machen, denn das ist deine Folge. Und auch die 10. Folge, das heißt, Jubiläum des Tages, Arges, Farges. Okay, äh... Let's go, Ilias. Womit fange ich denn an? Äh, ich fange mit den, äh, Helmen an. Eine Sekunde, hier, dein Helm. Dankeschön. Dann waffe ich unsere Schuhe. Nein, Spaß, das ist eigentlich, äh, unser Trinkgefäß. Ah, nice, okay, gut. Äh, Handschuhe. Ja, nice, dankeschön, du hast meine Handschuhe genommen. Ja, kriegst du einfach nicht, aus Prinzip. Äh... Ja, und dann noch Ohrenschützer, ne? Hier. Ah. Die Stimmen sehen auch aus, wie Ohrenschützer. Jetzt einmal, zack, 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 zack. Jetzt nehmen wir an, oh mein Gott, durch, durch meinen Shader leuchte ich so krass. Digga. Warte, warte, Screenshot. Sie sind voll im Partnerlook. Ja, Mann. Ekerhaft, dann möchte ich das nicht mehr. Äh, äh. Äh, okay, dann... Äh. Mach mal Enchantmengelraum und, äh, sag mal drittes Wort von dir. Äh, Loot. Hast du gehört? Ja? Loot. Ja, Loot. Ja, das ist meine Antwort. Also... Vielleicht ist das sowas wie Mohn. Mohn? Ich hab doch gerade gesagt, das ist keine Pflanze. Man kann Mohn essen. Als du mich gefragt hast, ob es nur Blume ist, hab ich gesagt, nein. Ja? Ja. Warum sagst du dann... Bist du dumm? Okay, ich muss jetzt was wagen. Ich muss jetzt den hier machen. Ich sag jetzt einfach, Mohn zählt nicht. Also, es ist noch zwei Versuche. Achso, ich hab noch zwei Versuche. Ja, doch, Mohn zählt. Äh, ich hab noch... Noch einen Versuch, ähm... Tool, äh... Wo sind denn deine Bücher? Gleich... Ach, hier sind deine... Okay, meine finale Antwort steht, sie ist Werkzeug. Äh, was hast du gesagt? Werkzeug? Nein. Ähm... Es heißt... Eis. Eis? Ja, Eis. Eis im Sinne von Eis zum Essen? Ja, Eis essen. Eisdiele und so. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Das hat man uns nicht beigebracht. Ah. Nice. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja, Mann. Das ist es. Das ist es. Gay. Wer hat was richtig gehört? Gay. Keine Ahnung. Genen? Nee. Hmm. Gay. Kann man es essen? Nein. Nein. Kann man es tun? Also, mit dem Essen? Ja, okay. Nee, äh. Kann man nicht essen. Sollte man nicht essen. Ähm. Tun? Nein, auch nicht. Ist es groß? Kommt drauf an. Penis. Nein. So bin ich jetzt auch nicht, Patrick. Schade. Okay, ich habe nur einen Versuch, ne? Äh. Ja. Okay. Digga. Kommt drauf an. Hä? Was für kommt drauf an? Keine Ahnung. Luftballon? Nein. Hund. Hund? Ja. Hund. Kommt drauf an? Ja. Es gibt große Hunde. Es gibt kleine Hunde. Was, äh. Digga, das ist Natur. Hä? Ja, Digga. Hä? Wie kommt drauf an? Ich dachte mir, kommt drauf an. So kommt auch die Situation drauf an. Nee, kommt auch die Rasse drauf an. Digga. Ich dachte mir so, hä? P***. Patrick, hast du jetzt noch ein falsches Wort, oder nicht? So, ja. Cresswo. Das kenne ich doch. Ja, deswegen habe ich es genommen. Cresswo. Das war dein Thema, da habe ich dir geholfen. Möbel. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Komedias, schaffst du. Ich glaube an dich. Cresswo. Cresswo. Nein. Stuhl. Ja. Ja, Mann. Ich wusste, ich wusste, dass es irgendwas mit in Richtung Tisch, Stuhl, Esstisch, etc. zu tun hat. Okay. Patrick. Wollen wir mal Endergebnisse zeigen? Ja, ne, ja. Ja, ne, ne, ne. Äh. Erst mal eins? Nix, nix passiert. Nix passiert. Ach, du wirst ja nicht mal ganz sagen, Digga. Wo bist du hin? Alles gut, weiter geht's. Ähm. Okay. Also ich habe nicht viel gemacht. Ich habe nur Wasserfall gemacht. Oder? Ja. Sabber ist das, Patrick. Das ist Sabber. Aber guck mal mit so, mit Traptor, was habe ich das gemacht? Ja, ja, ist ganz, ganz schön geworden. Schönes Elektronik auf dem Fall. Ah, und die Kür. Und die Kür. Aber das geht Richtung Massentierhaltung. Ist dir schon klar, ne? Ach, die können wir ja... Tada, das ist mein Endergebnis, Leute. Ähm. Ihr könnt sehen, da Kelb geht hoch, zack. Ähm. Wie bei Bambusfarmen. Geht Hopper geht, geht, äh, Truhe. Und Truhe sagt so, da sind sechs Stück. Und mehr wird's auch nicht, weil ich keinen Bock hab. So, Leute, das war's jetzt mit der Folge. Ähm. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Wenn ihr uns abonniert, dann nicht vergessen, Glocker zu aktivieren, um keine Videos von uns verpassen. Ähm. Ja. Dann würde ich sagen, Elias hat das Abschlusswort. Ciao. Leute.